den Bulgarien und den Sowjetrussinnen. Heute steht die Entscheidung im Vierkampf auf dem Programm und die einzelnen Disziplinen, meine Damen und Herren, das sind einmal Seil, Reifen, Ball und Band. Unser Experte in der Karlsruher Europahalle ist Volker Rath und er meldet sich jetzt von dort live. Ja, guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Wir sind gerade rechtzeitig hier nach Karlsruhe gegangen. Es steht an, der vierte Durchgang der Gruppe B. Anschließend werden wir noch die Gymnastin in der Gruppe A erleben. Es geht los mit Martina Pfeiffer vom TV Rehlingen im Saarland. Sie ist eine Nachwuchsgymnastin, 15 Jahre. Dieser Wettkampf hier in Karlsruhe ist so eine Art Bewährungsprobe für Sie. Die Bundesrepublik Deutschland, der Deutsche Turnerbund, dürfte als Gastgeber nicht nur zwei Teilnehmerinnen melden, sondern vier. Eine gute Möglichkeit, sich hier den Kampfrichterinnen und den Fachfrauen aus aller Welt zu zeigen. Martina Pfeiffer vom TV Rehlingen. Ihre Übung mit dem Band, ihre bisherigen Noten mit Seil, Reifen und Ball jeweils neun Punkte. Mal sehen, ob Sie eine ähnliche Leistung auch mit Ihrem letzten Handgerät zustande bringen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Die maximalen 90 Sekunden sind vorbei und es ist gut gelaufen für Martina Pfeiffer. Ich bin hier oben am Sprecherplatz nicht alleine. Bei mir sitzt Karin Lutig, die ehemalige deutsche Meisterin vom TV Mosbach. Wie hilft mir ein bisschen? Erster Eindruck von Martina Pfeiffer? Schön sicher durchgezutunst. Sie ist sicherlich ein Talent im Deutschen Turnerbund. Okay, schauen wir weiter, denn es geht ja hier Schlag auf Schlag mit der nächsten Teilnehmerin. Die Noten, liebe Zuschauer, lassen immer ein bisschen auf sich warten. Vier Kampfgerichte, für jedes Handgerät ein anderes Kampfgericht. Wir werden sie Ihnen, sobald wir sie haben, dann nachreichen. Die nächste ist dann Natalia Simkiewicz aus Polen. Sie ist polnische Meisterin, 16 Jahre und war schon bei den Weltmeisterschaften in Sarajevo mit dabei. Allerdings nicht auf den vorderen Plätzen. Vielleicht schnell noch, bevor ich sie dann mit der Gymnastin alleine lasse. Der Zwischenstand nach zwei Handgeräten von allen 29 Teilnehmerinnen. Es führt die Weltmeisterin erwartungsgemäß, Alexandra Timoschenko aus der Sowjetunion vor Mila Marinova, Bulgarien. Dann Oksana Skaldina, Sowjetunion. Nelly Atanasova, Bulgarien. Silke Neumann, DDR. Und Michaela Ziegler aus der Bundesrepublik vom TSV Schmieden auf Rang 6. Dies der Stand nach zwei von insgesamt vier Handgeräten. Zurück zu Natalia Simkiewicz aus Polen. Karin, habe ich was verpasst? Bis jetzt hast du durchgeturnt ohne den Verpacken. Habe ich gewinnen. Ich glaube, wir sollten, Karin, gerade bei jenen Gymnastinnen, die ja für die vorderen Plätze nicht in Frage kommen, schon das eine oder andere Grundsätzliche mal anwergen, sofern sie dazu was zu sagen haben. Jetzt kommt die Dreifach-Sprungbahn mit Rolle. Die ist vorgeschrieben nach dem Cote Pointage. Cote Pointage ist also ein dickes Buch, in dem das ganze Reglement, die Bewertungskriterien enthalten sind. Vier mittlere und vier höchste Schwierigkeiten werden verlangt. Im Grunde, Karin, sind doch 75 Prozent aller Übungsteile mehr oder weniger vorgeschrieben. Ja, durch die Wertungsvorschriften. Nur sind sie dann so originell und individuell zusammengestellt, dass jede Übung eigentlich dann wieder anders choreografiert werden wird. Die nächste Teilnehmerin, Tanja Dober aus der Schweiz, 15 Jahre, aus Luzern, Juniormeisterin ihres Landes und natürlich in diesem internationalen Feld, auch ein bisschen weiter hinten anzusiedeln von ihrer Leistung her. Das war ein sogenannter Stütz mit dem Bein in den Reifen. Präakrobatischer Teil. Reine Akrobatik ist verboten in der rheinischen Sportgymnasie? Also das werden dann Überschläge über die Senkrechte, sind total verboten, werden streng geahndet mit Punktabzug. Ein Wurf mit Drehung. Gleichgewichtselement, auch vorgeschrieben. Mit dem Fuß abgeworfen, sehr schwierig. Wiedersprungbahn, ebenfalls vorgeschrieben als Höchstschwierigkeit. Zwei Wertungen habe ich nachzutragen. Martina Pfeiffer mit dem Band, 9,05. Natalia Sünkiewicz aus Polen mit dem Seil, 9,30. Und nun, eine Gymnastin aus Rumänien. Ankuta Goya, sie ist noch sehr jung, 13 Jahre, war rumänische Schülermeisterin oder Jugendmeisterin und lag eigentlich nach zwei Handgeräten ganz gut. Hatte dann allerdings mit dem Reifen einen Patzer. Mal schauen, wie es mit dem Ball läuft. Ah, jetzt ist er aufgeregt. Was kostet so ein Fehler, Karin? Das waren jetzt zwei Zehntel Minimum. Es kommt dann auch darauf an, ob die Übung durch diesen Fehler krass unterbrochen ist oder ob sie dann ohne weiteres weitermacht. Eine zweieinhalbfache Attitüddrehung. Sehr schwierig gefangen, ohne hinzuschauen. Ein Risikoteil. Das haben wir jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Anscheinend mag sie den Teil sehr gerne. Gibt aber Abzug, weil... Ja, für die Originalität wird sie nicht die volle Punktzahl bekommen. Dazu lässt sich vielleicht noch schnell sagen, dass nach der Zehner-Inflation in der rhythmischen Sportgymnastik auch bei den Olympischen Spielen in Seoul das Reglement geändert wurde. Der Ausgangswert beträgt nun 9,5 Punkte. Es gibt jeweils zwei Zehntel Bonus für Originalität und Ritualität und ein Zehntel noch möglicherweise für Risiko. Also die Zehner gibt es nicht mehr so oft. Nein, 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 nein. Die nächste Gymnastin... Vielleicht zur Erinnerung für alle Freunde der Gymnastik. Im Finale der Olympischen Spiele in Seoul tormten alle vier, die zwei bulgarischen und die zwei sowjetischen Gymnastinnen, 40 von 40 möglichen Punkten. Ja, und das war dann nicht mehr so schlimm. Bridget O'Brien aus Neuseeland, ein bisschen ein Entwicklungsland in der rhythmischen Sportgymnastik. Sie ist 15 Jahre, es ist ihr erster internationaler Einsatz und sie liegt ganz hinten in diesem Feld der 29 Gymnastinnen aus, glaube ich, 20 Nationen. Was kann man machen in einem solchen Land, darin bulgarische Trainerinnen verpflichten? Ach nein, also das ist, glaube ich, nicht immer notwendig. Aber man muss natürlich ganz von unten anfangen mit Nachwuchsarbeit. Da gehen mehrere Jahre ins Land, bis man dann die Früchte der Arbeit sehen würde. Fallen gelassen, grobe Unterbrechung, wird sie mehr als drei Zehntel kosten und dann wieder am Band hängen geblieben. Das ist sehr schwierig bei dem Gerät. Jede Berührung mit dem Band kostet ein Zehntel. Da schon wieder, das ist eben Technik. Das ist auch ein bisschen lang, das Band, sechs Meter, glaube ich. Ja, ja, also hinderlich. Ja. Ein kleiner Wurf. Ja, eigentlich sind die Würfe schon so ein paar Meter höher normalerweise. Aber freuen wir uns, dass es rhythmische Sportgymnastik auch in Neuseeland gibt. Zwei Wertungen noch schnell. Tanja Dober aus der Schweiz mit dem Reifen 8,9,5 und Goya Rumänien mit dem Ball 9,3,5. Wird so noch ganz gut gekriegt für ihren Patzer am Anfang. Ja. so, wer steht bereit, wo sind wir? Bei Barbara Crivellari aus Italien. Neuner Wertungen im Schnitt bisher, nun ihre Übung mit dem Seil. Da ist er hängen geblieben. Oder noch länger. Kostet auch. Die Dreifachsprung-Serie. Hüpfer-Serie, auch vorgeschrieben. Doppelde Schlag. Barbara Crivellari wird nun gefolgt von Liana Grantsch aus Holland, aus den Niederlanden. Die holländische Meisterin, die fünf Titel bei ihren eigenen Meisterschaften gewann. So arg viele Gymnastinnen wird es zu Hause nicht geben. Was kostet so ein kleiner Fehler? Das waren jetzt zwei Zehntel, sie hat schnell wieder aufgenommen und der Dreifach nur abgeprallt, aber nicht aus der Fläche. Karin Ludwig, ich weiß, dass die sowjetischen und bulgarischen Gymnastinnen vor großen internationalen Wettkämpfen bis zu acht Stunden am Tag trainieren. Oh, das ist passiert. Oh, schade. So, in zwei, drei Einheiten am Tag. Was trainiert zum Beispiel aus ihrer Erfahrung eine Holländerin? Was trainiert Liana Grantsch zum Beispiel? Das kann ich jetzt nur spekulieren. Ich weiß jetzt nicht, welche Trainingsverhältnisse sie hat, aber wenn es hochkommt, kommt sie oft täglich zu drei bis vier Stunden. Das hängt natürlich auch davon ab, ob sie sich in der Wettkampfphase befindet oder Vorbereitungsphase. Aber auf jeden Fall keine acht Stunden. Wie viel haben Sie zu Ihrer besten Zeit trainiert? Ja, auch so vier Stunden am Tag. Natürlich Wettkampfvorbereitungen, da haben wir dann auch schon mal Lehrgänge gehabt, wo wir am Tag sechs Stunden, acht Stunden trainieren konnten, aber nur ein paar Tage lang. Wertungen habe ich nachzutragen. O'Brien mit dem Band, 8,6 und Crivellari mit dem Seil, 9,05. So, nun die junge Belgierin Laurence Tichon. Danach kommen dann einige der Favoritinnen. Aber schauen wir uns erst die Übung. Von Laurence Tichon mit dem Ball an. Da trägt sie den Ball zu lange. Das wird ihr bestimmt nicht zum Positiven ausgelegt. Lange Beine haben Sie, die jungen Gymnastinnen. Viele von Ihnen. Ja. Und meistens kaum 40 Kilo oder um die 40 Kilo herum. Früher war das auch nicht so ausgeprägt. Ja, vor zehn Jahren waren da schon mehr die weiblichen Figuren noch auf der Fläche, aber... Und insgesamt waren Sie auch älter, die Gymnastinnen. Ja, ja, da war man also mit 20 nicht die absolute Turnoma, sondern da konnte man also auch in dem Alter noch Weltmeisterin werden. Heute tritt man normalerweise mit 19, wenn man seine internationalen Erfolge gehabt hat, wenn man überhaupt welche gehabt hat, tritt man zurück, denn der Nachwuchs drängt nach vorne. Und dann kommen Sie schon mit 15 oder so zu Ihren ersten internationalen Einsätzen. Meistens dauert es noch ein bisschen, bis man sich dann etabliert hat. Eine von denen, die schon ganz an der Spitze ist, ist diese junge Dame. Das ist Oksana Skaldina aus Kiew in der Sowjetunion und diese ist ihre Trainerin, Irina Derjugina, die Weltmeisterin von 1977 und 1979 im Vierkampf. Oksana Skaldina mit dem Band und da ist sie auch Weltmeisterin. Drei Titel hat sie geholt in Sarajevo mit dem Seil, dem Reifen und dem Band. Ja, die sind eine klasse, die sich hier aussehen. Alles mühlos, so als ob es nicht wäre. Sie macht eben keinen einzelnen Joutee-Sprung, sondern zwei hintereinander. Sie hat ein bisschen gehangen, das ist leichter auch. Gleichgewichtes Element. Da wird nicht mehr mit der Hand gefangen, sondern wird mich gut. Leifach gedreht. Leifach gedreht. Zwei. Viel Beifahrer. Der etwa 2000 Seelbhofer hier in der Operhalle für Oksana Skaldina, die allerdings Mühe haben wird, heute als Siegerin aufs Tretchen zu kommen, Denn sie hatte eine etwas schlechtere Note mit dem Reifen. Ja, schönen Ringsprung mit nach außen, ganz kalt, kleine Bandzeichnung und jetzt kommt noch mal ein Sprung. Ja, noch ein bisschen. Und noch mal eine. Wunderbar. Ich wollte sagen, bevor die Zeitlupe kam, sie hatte eine etwas niedrigere Wertung mit 9,6 mit dem Reifen. Das wirft sie natürlich im Vierkampf ein bisschen zurück. Gegenüber Alexandra Timoschenko zum Beispiel, aber auch gegenüber Mila Marinova aus Bulgarien. Nun gut, zum Schluss wird abgerechnet, wir werden sehen, die zwei anderen müssen noch insgesamt zwei Geräte erst mal bewältigen. So, Viva Seifert aus Großbritannien. Kommt zwar aus Großbritannien, aber sehr bulgarisch. Der Name klingt auch nicht eben britisch. Also, arg viel weiß ich über die junge Dame nicht. Karin, was verstehen Sie unter Bulgarisch? Etwas dramatischer als, sagen wir mal, die russischen Mädchen. Ja. Die haben natürlich auch ihren Stil und tragen den gekonnt vor, aber bulgarisch ist in Anführungszeichen bedeutet, das Ganze doch noch extensiver zu bringen. Obwohl man sagen muss, die Bulgarinnen heute, die beiden Nachwuchs-Bulgarinnen, die da sind, haben auch ihren Stil wesentlich mehr verfeinert jetzt und sind technisch wesentlich stärker geworden als vor Jahren. Vielen Dank. Der Risiko-Reich am Schluss, das könnte auch daneben gehen, dann ist die Übung verpackt. Und mit dem Trüftbild verpackt, macht keinen guten Anruf, der Kampfrichter. Schnell drei Wertungen. Grange Holland, 8,50 mit dem Reifen. Tichon, Belgien, 9,10 mit dem Ball. Und eine 9,95 für Oksana Skaldina mit dem Band. Ihre beste Wertung heute. Die höchste Wertung, die es bisher gab, zusammen mit der Reifenübung von Alexandra Timoschenko. Alexandra werden wir später noch sehen, so hoffe ich, wenn das mit dem Radrennen und der rhythmischen Sportgymnastik einigermaßen aufgeht. Und nun Lenka, nein, ich glaube wir sind noch bei der Schwedin, Sofja Hedman. Sie ist auch schon eine erfahrene Gymnastin, war dabei bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, skandinavische Meisterin, 18 Jahre aus. Da klappt es mit der Musik nicht. Oh, ein kleiner Fehler in der Organisation. Kann schon mal passieren. Falsches Band, möglicherweise. Hoffentlich muss ich nicht so lange da stehen. So. Doppelte Zenehdrehung mit Olle, schwierig. Gleichgewichtselement, allerdings festgehalten. Die Spitzengymnastinnen bringen das dann ohne ihr Bein festzuhalten und es bleibt trotzdem oben. Ist die Europahalle hoch genug für die höchsten Worte? Ja, die ist schon hoch, nur fürs Band ist es kritisch. Vielleicht sieht man das irgendwann mal in einer Einstellung. Oben hat es genügend Gestänge, an denen die Bänder dann im Training schon öfters mal hängen geblieben sind. Ja, genau, das ist es. Frischi hat mitgehört. Wie hoch sind denn, Karin, so die höchsten Wurfe? Schon so fast 8 Meter? Das hängt von der Halle ab. Ich bin mir sicher, dass die noch höher werfen könnten, wenn sie wollten. Wertung schnell zwischendurch. Seifert, Viva Seifert, Großbritannien mit dem Seil 9,20. Und nun Lenka Dedikova aus der Tschechoslowakei, 15 Jahre, die bisher ganz ansprechende Leistungen gezeigt hat. Gleich für die Spannbeuge. Und gleich für die Spannbeuge. Das war ein Prellteil, der ist dreimal in der Übung zu bringen, weil er zu den gerätespezifischen Teilen gehört. Die Spannbeuge sind wieder gefangen. Auch das Rollen am Körper ist gerätespezifisch, muss auch dreimal mindestens in der Übung vorkommen. Weiß man eigentlich als Athletin, als Gymnastin, was alles im Contreport dasteht und was man machen muss? Oder verlässt man sich da auf die Trainerin? Ja, das kommt drauf an. Normalerweise verlässt man sich da schon auf die Trainerin. Aber mit der Zeit weiß man schon, was drin sein muss. Man bekommt ja in der Zusammenarbeit mit der Trainerin. Das ist jetzt die Sandra. Sandra Schöck vom TSV Schmieden, die, wenn Sie so wollen, wie Martina Pfeiffer hier außer Konkurrenz schormt. Sie wird Ende des Monats 15 Jahre, ist 10 cm gewachsen im letzten halben, dreiviertel Jahr. Sicher eines unserer größten Talenten. Ja, ganz gute Voraussetzungen. Ja, ich kenne Sie als kleines Mädchen. Da war sie bestimmt noch zwei Viertel kleiner. Aber aus Kindern werden eben Leute. Verge Teesprung, schön hochgesprungen. Jetzt hängt es ein bisschen, deshalb hat es wieder ein Zettel gekoppelt. Doppelte Attitüde. Oh, schade, schade. Ja, ich glaube, hier ist alles auf Anhieb, aber es wird schon gute Arbeit geleistet in Schmieden. Es hat sich ja so ein bisschen das Zentrum der Gymnastik von Wattenscheid Richtung Schmieden bei Fellbach in der Nähe von Stuttgart verschoben. Wir werden nachher, wenn wir Glück haben, noch zwei Gymnastinnen aus jenem Stützpunkt sehen, aber zunächst mal wollen wir uns Nelly Atanasova ansehen. Denn und hier die Figuren der internationalen rhythmischen Sportgymnastik. Neshka Rabeva, die Cheftrainerin Bulgariens, die so viele Schlagzeilen machte wegen ihres Streits mit Bianca Panova, aber die immer wieder seit Jahren, Jahrzehnten, bulgarische Mädchen zur Weltspitze führt. Vielleicht auch Nelly Atanasova, die erst 15 ist, dritte der bulgarischen Meisterschaften. Zurückgetreten sind ja nach den Weltmeisterschaften Adriana Dunavska und wohl auch Bianca Panova. Es ging noch eine Zeit lang das Gerücht, dass sie es in Richtung Barcelona noch einmal probieren wolle, aber darin glaubt im Grunde niemand. Ja, konzentrieren wir uns auf Nelly Atanasova. Aus der kann auch mal eine reden. Oh ja, und da sieht man jetzt mal, wenn man sich an die Übung von der Oksana Skaldina erinnert, den Unterschied zum russischen Stil in Anführungszeichen. Ja. Wesentlich dramatischer, aber technisch sind die Bulgarien auch hervorragend geworden. Technisch, was die Sprungtechniken, die Haltetechniken anbelangt. Das war die Hüpfer-Serie. Das war die Hüpfer-Serie. Drei Wertungen. Hetman Schweden mit dem Reifen 9,0. Didikova Tschechoslowakei mit dem Ball 9,4. Und Sandra Schöck nach ihren kleinen Fehlerchen mit dem Band 9,20. Und ein Küsschen von Neshka Robeva an Nelly Atanasova. Es geht nun nahtlos weiter mit der sogenannten Grobe A, den letzten 15 Gymnastinnen. Als erste sehen wir Silvia Pataki aus Ungarn, 15 Jahre. Groß gewachsen. Lange Beine. Fast 1,70 glaube ich ist sie. Und ohne hinzublicken, gefangen. Das ist ein Risikoteil. Muss auch in jeder Übung da sein. Spirale. Das ist dann immer ein Risiko, einen solchen individuellen Risikoreichenteil einzubeinen und damit zu riskieren, dass der doch mal daneben geht. Und dass es dafür Abzüge gibt. Nachvertragen die Wertungen von Nelly Atanasova mit dem Seil. 9,75 in einer kleinen privaten Zwischenrechnung liegt sie damit nach ihrem abgeschlossenen Wettkampf hinter Oksanas Kaldina auf Platz 2. Und Sandra Schöck in der Gruppe B auf Rang 3. Aber noch kommen ja 14 Gymnastinnen, die ihr drittes und viertes Handgerät erst noch zeigen müssen. Irina Delianu aus Rumänien, 14 Jahre jung, rumänische Meisterin, hatte einen Patzer mit dem Ball, aber ich glaube ihr ein großes Talent. Ja, ja, sie gefällt mir sehr, sehr gut. Hat einen eigenen Stil, sehr schnell, schwierige Übungen. Ja, sie ist ganz dabei, voll Temperament, sie ist aufgesetzt. Und dann potzt sie. Schade. Schade, dass sie gepackt hat. Hat noch ein bisschen Zeit, Flickser. Was habe ich gesagt, sie ist erst 14. Ja, ja. Ja. Kommen nochmal URT. Doppelte Passé. Zwischendurch eine Wertung, Silvia Patzaki mit dem Ball, 9,2. Und nun Serenella Colocca aus Italien. Auch eine Nachwuchsgymnastin. Offensichtlich sind die bekannteren der italienischen Gymnastinnen wie Stagioli, Ferretti und wie sie alle hießen, gar nicht mehr aktiv. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Die Italienerinnen haben ja doch zumindest in Europa immer eine ganz gute Rolle gespielt. Europa ist ohnehin der Mittelpunkt der Welt in der rhythmischen Sportgymnastik. Die Spanierinnen haben aufgeholt, auch wenn ich das jetzt gerade auf eine italienische Gymnastin sage. Ich denke, es ist ein bisschen schade, dass Anna Bautista aus Spanien hier nicht am Start ist, denn sie galt ja im vergangenen Jahr als beste nicht sowjetische und nicht bulgarische Gymnastin. Ja, ich denke, dass sie das auch momentan immer noch ist, aber leider ist sie hier nicht mit dabei. Nun, es ist kein Muss, den Karlsruhe in den Start zu gehen. Ernst wird es eigentlich erst wieder Anfang November bei den Europameisterschaften in Göteborg. Aber viele von den Mädchen, die wir heute hier sehen, mit 14, 15 Jahren, werden wir natürlich auch in Barcelona 92 bei den Olympischen Spielen erledigen. Ja, die arbeiten jetzt dafür. Also, Serenella Colocca aus Italien. Sie verstehen, liebe Zuschauer, dass wir gerade auf jenige Gymnastinnen, die vielleicht im vorderen Feld nicht so sehr mitspielen, mal ein paar grundsätzliche Dinge erwähnen. Wir werden auch wieder etwas lieber. Terry Ukonen aus Finnland, 16 Jahre, aus Lachti, die finnische Meisterin. Das war jetzt gewolltes Aufprallen, das hätte sie vielleicht etwas demonstrativer bringen müssen. Rollen mit dem Reifen. Gleichgewichtselement. Zwei Wertungen. Irina Deliano, Rumänien, mit dem Band, 9,5 und Serenella Colocca aus Italien mit dem Seil, 9,10. Und nun erwartet uns, glaube ich, eine interessante Teilnehmerin, nämlich Silke Neumann aus Halle in der DDR, 15 Jahre. Die jetzige Nummer 1 der DDR in der Rhythmischen Sportgymnastik. Torndorf Mussorski, der Gnom. Wer hat eine kleine Unterbrechung. Ich hoffe, Sie sehen alles wieder. Silke Neumann aus Halle mit ihrer Ballöfung. Sie hat einen ganz eigenen Stil. Sehr modern. Auch ans Modern Dance ein bisschen angelehnt. Dreht sehr schön. Mhm. Individueller Risikoteil. Ist eine Geschmacksfrage, ob einem sonst nicht gefällt oder nicht. Sie lag nach zwei Geräten in der Zwischenwertung ganz gut im Rennen auf Platz 5. Müssen wir mal abwarten, ihre Wertungen. Nächste ist dann Joanna Botak aus Polen. Ja, auch schon bei den Weltmeisterschaften in Sarajevo am Stadt. Ich habe die Stadt noch gerettet. Danke, Kriege. Zurück die Genee und gefangen. Wand abgeworfen am Stoffteil. Gleichgewichtselement. Sollte wahrscheinlich dreifach werden, aber das ist gut. Joanna Botak aus Polen. Drei Wertungen, oder zwei habe ich. Ukonen, Finnland mit dem Reifen 9,25 und Silke Neumann mit dem Ball 9,60. Ja. Gut. Gute Wertung. Mhm. Da bleibt sie im Vorderfeld. Hänger mit der Musik. Ja, wen hat es dieses Mal getroffen? Kristina Radonjic aus Jugoslawien. Kommt ein bisschen oft vor jetzt. Im ersten Durchgang war alles okay. Manchmal liegt es auch an den Musiken, dass sie sehr schlecht aufgenommen sind am Anfang. Und die brauchen ihren Anfangston, sonst wissen sie nicht, wann sie einsetzen sollen. Kann das damit zusammenhängen, dass wir sie aus der Organisation weggeholt haben? Nein, ich hatte nichts mit der Musik zu tun. Haben Sie denn heute überhaupt noch engen Kontakt mit der rhythmischen Sportgymnastik? Sie haben ja Medizin studiert. Im Badischen Tonabund, aber nicht mehr national. Sie haben Medizin studiert und arbeiten jetzt aber nicht als praktische Ärztin? Ich arbeite in der Forschung. Und ab und zu schmeißen sie noch ein bisschen die Geräte durch die Glieder. Ja, für das Training reicht es noch. Gut. Kristina Radonjic aus Jugoslawien. Kommt aus Belgrad. War auch natürlich bei den Weltmeisterschaften in ihrem Heimatland im letzten Jahr dabei. Aber nicht du nur den ersten. Die beste jugoslawische Gymnastin, Melina Rellin, ist wohl zurückgetreten. Ja, ich nehme es an. Die war sehr lange dabei und hatte ja dann auch sehr schöne Plätze belegt. War immer im Vorfeld mit dabei. Immer unter den ersten zehn im Vierkampf bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Und auch, wenn ich mich recht erinnern, bei den Olympischen Spielen. Die Kristina trainiert viel in Bulgarien. Habe ich so den Eindruck. Sie ist auch viel mit bulgarischen Gymnastinnen zusammen gewesen. Die Übung hat auch sehr ähnliche Elemente. Eine Wertung. Vodak Pohl mit dem Band 9,4. Und nun, die zweite Gymnastin vom TSV Schmieden, die wir heute sehen, das ist Dörte Koch. Sie ist schon 19, hat ihr Abitur hinter sich. Sie ist die älteste Teilnehmerin. Sie war nicht ganz so glücklich mit ihren beiden ersten Übungen heute. Hat immer so einen kleinen Hänger drin gehabt. Nichts Grobes, aber man ist da nicht ganz zufrieden. Hat eine recht poppige Musik sich ausgesucht. Immer so kleine Sachen wie gerade eben. Ja. Muss man aber mit ihrer Abitursvorbereitung in Zusammenhang sehen. Immerhin ist sie noch so gut in Form, dass sie bei einem internen Testwettkampf die deutsche Meisterin Marion Rotha vom TV Wattenscheid aus dem Rennen schlagen konnte. Marion scheint im Moment völlig außer Form zu sein. Bisher gut gelaufen für Dörte. Kleine Hänger. Das 6 Meter lange Rollen als Bumerang hat man gerade eben gesehen. Ist auch vorgeschrieben. Also das Rollen, nicht der Bumerang. Gut. Rolle vorwärts und gefahren. Prima. Also ich finde es sehr schön, dass die Dörte überhaupt noch dabei ist. Denn bei ihrer wechselvollen Karriere musste man ja mehrfach damit rechnen, dass sie aufhört. Es gab ja Ärger mit auch der zuständigen Bundestrainerin Lydia Medilanski. Es gab Ärger mit ihrer eigenen Trainerin in Schmieden. Sie wollte schon mindestens zwei, drei Mal aufhören. Ist aber immer noch dabei. Wir haben eine Zeitlupe gerade. Was ist es? Ach, das ist das Fangen mit dem Fuß. Ohne hinzuschauen. Risikoteile. Für zusätzlich bewertet. Und die Leute sind begeistert hier in der Hunde. Ja, ja. Sie sind sehr gelöst. Ja, die Dörte ist sehr diszipliniert. Und wenn sie sich was vorgenommen hat, dann verfolgt sie das Ziel auch. Da gibt es nicht so schnell auf. Gut, hoffen wir auf eine gute Wertung nachzutrauben. Dann habe ich nur Radonje, Jugoslawien mit dem Seil 9,3. Und nun Eider Mendizabal aus Spanien, kommt aus Bilbao, 14 Jahre. Wir haben vorhin gesagt, wir hätten lieber Anna Bautista gesehen. Aber wir schauen uns natürlich auch gerne die junge Eider Mendizabal an. Sehr schöne Körpertechnik schon. Ganz klassisch. Auch in Spanien hat man bulgarische Trainerinnen. Ja. Seit Jahren arbeitet man, um an die absolute Weltspitze, sprich Sowjetunion, Bulgarien heranzukommen. Natürlich auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele 92 in Barcelona. Obwohl ja dort nur der Vierkampf ausgetragen wird und es nur drei winzige Medaillen zu gewinnen gibt, im Gegensatz zu Welt- und Europameisterschaften, wo auch noch Gerätefinals ausgetragen werden. Also es ist natürlich verdammt schwer, dort unter die Erdenkreise zu kommen. Kleiner Fehler, ja. Dreifache Genie, wieder in der Rückfolge gefangen. Sehr schwer. Ja, mit ihr kann man rechnen jetzt. Sie hat noch ein bisschen Zeit, ist, wie gesagt, die S14. Görte erhielt für ihre Reifenübung eine 9,50, ihre beste Wertung heute. Als Nächste sehen wir nun Stéphanie Gautel aus Frankreich, eine der Älteren, die auch schon bei Olympischen Spielen, bei den Olympischen Spielen in Seoul gestartet ist und bei Welt- und Europameisterschaften, 18 Jahre. Sie ist ein bisschen verletzt am rechten Fuß. Im Training hat sie sämtliche Sprünge ausgelassen. Da ist sie sicherlich gehandicapt, hier beim Wettkampf. Sieht ganz viel, ich weiß. Da würde ich jetzt wieder sagen bulgarisch, ich glaube Stravinsky. So, wir hören gerade, dass sich dem Radrennen wohl was tut, dass wir jetzt zunächst mal... Ah nein, nein, noch nicht, noch nicht. Wir können noch ein bisschen bleiben. Kleiner Fehler vom Amt. Also, nach Stefanie Kotel sehen wir jetzt noch Mila Marinova aus Bulgarien, die sicherlich um den Sieg hier mitturmt. 15 Jahre, im letzten Jahr hier Zweite beim DDP-Bokal. Die sehr schön ihre Saal. Und nämlich fritzig, koppig. Mal was anderes. Kleiner Hänger, kurz 10. Freifahr Sprungbaden. Das war auch nicht korrekt. Mit dem Fuß abgeworfen und gleich doppelt gefangen. Doppeldurchschlag mit Abwurf nach vorn. 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 Vierkampf. Ich gehe zurück nach Stuttgart zu Gerhard Mayerröhn. Ja, das wird also etwa nach unserem Plan, meine Damen und Herren, viertel vor fünf sein. Dann werden wir noch einmal in die Europahalle gehen, zu Volker Rath und Karin Ludwig, um die restlichen Entscheidungen dann zu sehen. Jetzt also entscheidende Phase. Die letzte Übung von Alexandra Timoschenko, der Weltmeisterin von 1989 im Vierkampf, ihre Übung mit dem Band. Sie muss nur durchsturmen, dann hat sie gewonnen. Übung auf dem Thema von Michael Jackson, ganz modern. Und? Das sieht man aber ganz selten. Wie viel Abzug? Ein Zehntel. Ein Zehntel. Ja. Dann kann sie immer noch gewinnen. Eine 9,6 braucht sie, um Mila Marinova aus Bulgarien zu übertreffen. Na, sie ist so souverän. Da müsste sie wirklich auf der Fläche stürzen oder irgendwas. Ja. Wunderschöner Halteteil. Toll. Mit dem Fuß gestoppt. Also trotz des kleinen Fehlers. Ja, ja, ich denke schon. Eine 9,6 gibt es in jedem Fall für Alexandra Timoschenko, die damit diesen Wettkampf in Karlsruhe gewonnen hat. Von Mila Marinova aus Bulgarien und Oksana Skaldina aus der Sowjetunion. So, meine Damen und Herren, für mich noch Zeit für eine kuriose Meldung. Gymnastinnen und den Bulgarischen. Ein bisschen dramatischer als Oksana Skaldina, die mehr mit dem Publikum spielt. Aber eine perfekte Leistung auch von der jungen Mila Marinova, die sicherlich zu jenen gehört aus Bulgarien, die die Nachfolge der zurückgetretenen Weltmeisterinnen Adriana Dunavska und Bianca Panova antreten werden. Mila Marinova und Neska Robbe war hier im Bild, die berühmte und erfolgreiche Trainerin. Auch für Mila Marinova aus Bulgarien gab es eine 9,90. Zusammen mit Oksana Skaldina führt sie also im Augenblick, aber jetzt fällt die Entscheidung mit dem Seil. Jetzt kommt die Weltmeisterin Alexandra Timoschenko, die gestern überlegen hier den Vierkampf gewann. Und nebenbei ist auch sie Weltmeisterin mit dem Seil geworden, vor einem halben Jahr in Sarajevo, zusammen mit Oksana Skaldina. Kann sie näher als 9,90. 18 Jahre aus Kiew, ebenfalls wie Oksana Skaldina, ebenfalls trainiert von Irina Deryugina, der früheren Weltmeisterin. Schlank, groß gewachsen, 1,64 und etwa 41, 42 Kilogramm leicht. Ja, das war nicht ganz perfekt. Diese schwierigen Gleichgewichtsübungen, die haben sie in sich. Und ein bisschen Coqueterie mit dem Publikum, mit den Kampfrichterinnen. Es wird eine schwierige Entscheidung nach diesem kleinen Patzer. Vielleicht auch eine 9,9 und 3 Mädchen auf Rang 1. Wir werden es abwarten müssen. Alexandra Timoschenko aus der Sowjetunion. Und hier noch einmal die Studie. Und das Beugen. Und da verliert sie das Gleichgewicht. Schauen Sie, greift sofort nach dem Seil, damit nicht noch mehr passiert. Mit der Wertung für Alexandra Timoschenko lag ich richtig. Ebenfalls 9,90. Das heißt, schon jetzt ist klar, dass drei Gymnastinnen auf Rang 1 stehen. Und nun aus der Bundesrepublik Deutschland, genauer gesagt vom TSV Schmieden bei Stuttgart, Michaela Ziegler. 16 Jahre, gestern 6. im Vierkampf. Für sie geht es darum, hier besser zu sein als 8. in diesem Finale. Harte Konkurrenz, aber wenn sie durchtäumt und sie ist die Zuverlässigkeit in Person, dann kann sie durchaus mit den anderen Teilnehmerinnen in diesem 8. Finale konkurrenzlos mithalten. Michaela Ziegler, Ton sauber, exakt. Sie hat eine gute Entwicklung genommen in den letzten Jahren und von ihr darf man auch in Zukunft noch einiges erwarten. Applaus Und hier haben wir das Endergebnis mit dem Seil 3 Erste. Also Alexandra Timoschenko, Mila Marinova und Oksana Skaldina. Michaela Ziegler kam auf eine 9,6 und damit hat sie es geschafft, nicht Letzte zu werden in diesem hochkarätigen Finale. Auf Platz 8, Silke Neumann aus Halle in der DDR. Das war es zunächst aus Karlsruhe. Wir geben zurück nach München. Tja, herzlichen Dank, Volker Rath. Waren schöne Bilder. Jetzt geht es wieder um Eishockey. Mit dem Reifen die 19-jährige Dörte Koch vom TSV Schmieden bei Stuttgart. Gestern siebte im Vierkampf. Wegen des Labiturs hatte sie einen Trainingsrückstand aufzuholen. Gestern nicht in allerbester Verfassung mit kleinen Fehlern hier und da. Doch heute macht sie einen besseren Eindruck, einen sichereren. Hohe Würfe, sicher aufgefangen. Vier mittlere und vier höhere Schwierigkeiten muss seine Übung enthalten. Auch dieser Wurf gelungen. Sie besitzt sehr viel Erfahrung. Ist die älteste der 29 Teilnehmerinnen hier beim internationalen BDB-Pokal in Karlsruhe. Deutsche Vizemeisterin der beiden vergangenen Jahre. Und vielleicht noch ein, zwei Jährchen aktiv. Ja, schon jetzt kann man sagen, dass dies eine gelungene Vorstellung von Dörte Koch gewesen ist. Viel Beifall hier für die 19-Jährige vom TSV Schmieden, dem neuen Leistungszentrum der rhythmischen Sportgymnastik in der Bundesrepublik Deutschland. Nachdem ja der TV-Wattenscheid in letzter Zeit nicht mehr allzu positiv von sich reden machte. Und auch die deutsche Meisterin Marion Rother in einem internen Ausscheidungstest hier in Karlsruhe nicht. Und er die Besten kam. Zufriedenheit bei Dörte Koch und ihre Wertung war 9,65. Aber nun die große Favoritin im Finale mit dem Reifen. Die Vierkampfweltmeisterin, die 18-Jährige Alexandra Timoschenko aus Kiew in der Ukraine, die auch Weltmeisterin ist mit dem Reifen. Schlank, hochgewachsen, 1,64 und nur 41,42 Kilogramm wiegt sie. Dritte der Olympischen Spiele hinter Marina Lobac, ihrer Landsfrau aus Minsk und Adriana Dunavska, noch vor Bianca Panova aus Bulgarien. Die drei anderen sind alle zurückgetreten. Spätestens nach den Weltmeisterschaften von Sarajevo, wo Alexandra ihren bisher größten Triumph feierte als Vierkampfweltmeisterin und zusätzlich drei Titel im Gerätefinale gewann. Ob wir sie noch einmal in Barcelona 1992 erleben, wo sie vielleicht die in Seoul entgangene Goldmedaille gewinnen will, wer weiß. Perfektion in Technik und Ausführungen. Das ist rhythmische Sportgymnastik in Polento. Perfekte Übung. Viel Beifall für Alexandra Timoschenko, die sich mit einem kleinen Lächeln von den Zuschauern verabschiedet. Die erste 10 des internationalen DDB-Pokals für Alexandra Timoschenko, die damit klar das Finale mit dem reifen Gewinn von Mila Marinova aus Bulgarien mit 9,9. Hinter Michaela Ziegler, die erfreulicherweise auf Platz 4, kommt gemeinsam Wilke Neumann aus der DDR und Dörte Koch vom TSV Schmieden. Und nur letzte in diesem Finale, nach einem groben Patzer, die zweite Weltmeisterin mit diesem Handgerät, Oksana Skaldina aus der Sowjetunion. Verlockend schaut sie drein, vielleicht haben sie sie unter der Löwenmene erkannt, die mehrfache Weltmeisterin Irina Daryugina. Inzwischen erfolgreiche Trainerin, auch von Oksana Skaldina, dem 15-jährigen Talent aus Tiers. Im Mehrkampf des internationalen DTB-Pokals war sie gestern dritte von 29 Teilnehmerinnen. Ein Solo von Oksana in diesem Ballfinale, denn ich finde ihr Spiel mit dem Ball ist zauberhaft. Drei Rollelemente werden verlangt in einer Übung, egal über welche Körperteile. Ballanceakte sind ebenfalls inne. Die WM-Dritte von Sarajevo erwies sich als die beste Ballkünstlerin in diesem Finale. Nach diesem Balanceakt zum Schluss, zogen die Damen des Kampfgerichts die Höchstnote, mit der bereits ihre Landsmannin Alexandra Timutschenko das Reifenfinale gewonnen hatte. Die Weltmeisterin mit dem Ball wurde diesmal zweite. Ein Zehntel Rückstand. Und ein Küsschen von der Trainerin Irina Daryugina. Hier sehen Sie noch einmal in der Zeitlupe nach dem Wurf ein subakrobatisches Element und das darf nicht über die Senkrechte gehen, wie beispielsweise bei den Turnern. Oksana Skaldina, die Siegerin in diesem Finale. Silke Neumann aus Halle schreitet auf den Teppich. Modisch abgestimmt sind Ball und Anzug. Zum Auftakt kommt der Ball selbst in dieser Schräglage nicht ins Rollen. Aber dann. Über den fünften Platz im Meerkampf kann sich die 15-jährige Hallenserin freuen. Nach Esther Niklas Rücktritt ist sie nun eine Spitzenreiterin. International allerdings noch nicht, aber mit Stürmerqualitäten. Da sehen Sie es gefangen. Und dann kann der Ball mit allen Körperteilen werden. Egal, ob im Nacken, auf der Brust, mit dem Knie oder aber ganz konservativ mit den Händen. 9,6 erhielt sie und das war der vierte Platz. Gemeinsam mit Lenka Delikova aus Brunon in der Reifenübung hatte sie den fünften Platz belegt. Noch hält die Weltmeisterin Alexandra Timoschenko das sechs Meter lange Band zusammen. Und dann kommt es bei Spiralen und Kreisen nach Michael Jacksons Dirty Diana in Bewegung. 18 Jahre ist sie inzwischen. Wichtig bei all diesen Kreisen und Spiralen ist natürlich, dass das Band sich nicht in einem Knoten verfängt. Es muss ständig in Bewegung sein. Jeder Hänge und auch jede Berührung mit dem Körper ergeben ein Zehntelabzug. So perfekt in der Ausführung der Elemente ist zur Zeit niemand. Seil und Reifen hatte Alexandra Timoschenko schon gewonnen. Mehrkampf auch, das hatte ich schon gesagt. Aber wie schon beim Ball musste sie auch hier ihrer Landsmännin Oksana Skaldina den Vortritt lassen. Hier fehlten Fünffhundertstel. Ja, mit diesen hohen Ständen, Balanceakten, da brilliert sie vor allen Dingen. Kein Wunder, sie hat ja auch die längsten Beine. Nach diesen zwei Rollen zum Abschluss hat sie das Band eingepackt. In Karlsruhe war sie mit drei Siegen die erfolgreichste. Wo bleiben die bulgarischen Gymnastinnen, werden sie fragen. Hier stellt sich gerade eine vor. Mila Marinova, 15 Jahre alt. Weniger langbeinig, aber sehr anmutig. Generationswechsel bei den Gymnastinnen des Balkanlandes. Bianca Panova, Alexandra Zunavska sind nicht mehr aktiv. Aber inzwischen hat Erfolgstrainerin Neshka Robbeva neue Talente und sie gehört dazu. Und ich finde auch, dass sie ein wenig an den Stil von Bianca Panova erinnert. Zumindest als sie damals 15 war. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Mehrkampf zweite wurde auch hier zweite, aber gemeinsam mit Alexandra Timoschenko und ihrer Landsmannin Nelly Atanasov aus Sofia. Die bulgarischen Mädchen sind in diesem Jahr auf Aufholjagd. Juniorenmeisterin